Tag auch, da bin ich wieder am Behanox BBQ. So Leute, neues Jahr, neues Glück, erstmal frohes Neues an alle. Wie ihr seht, ich bin hier beim Freddy bei Bernhard. Ja, genau. Und wir haben gerade die Neujahrsfolge gedreht auf dem Bernhard-Kanal. Guckt es euch unbedingt mal an und ihr bekommt hier heute Behind the Scenes auf meinem Kanal zu sehen. Außerdem habe ich mir gedacht, Leute, war das geil, ja, das gar, gar. Es war auch alles gar, aber das ja. Ja, war letztes Jahr so geil mit euch. Wir haben so tolle Sachen auf dem Grill gezaubert. Dachte ich mir, ich schneide euch mal alle Highlights zusammen oder so ein paar auf jeden Fall. Und das ist doch ein guter Start ins Jahr 2021. Also Leute, bleibt gesund. Und solange du schneidest, trinken wir. Auf jeden. Also, Prost und bis demnächst. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Boys und Girls. Ich wünsche euch allen ein unglaublich frohes neues Jahr. 2000. Armin, was haben wir? 21. 21. 21. 21. 22. 23. 23. 23. 24. 23. 25. 2421. 26. 24. 24. 95. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist passiert? Da geht der Kanzler! Hey, da robst du hier raus! Du bist hier zwanzig, dring doch bitte! Ja! 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 Lecker! Ich glaube der ist kaputt! Ja! 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 J vamosih! floppy! Untertitelung. BR 2018 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 So Leute, das war das Behind the Scenes von Bernhard und ein paar Highlights von meinem Kanal aus 2020. Ich hoffe, man konnte sehen, dass wir, glaube ich, wirklich Spaß an der Sache haben. Also Steffi und mir macht das auf jeden Fall riesen Spaß. Wir werden auch so weitermachen und ordentlich Gas geben, euch ordentlich Content geben. Und ich hoffe, ihr bleibt uns weiter treu, beziehungsweise kommen auch noch neue dazu. Kommentiert weiter so geil, wie ihr es bisher immer getan habt. Gebt Daumen nach oben. Wer euch was nicht gefällt, gebt auch einen Daumen nach unten und schreibt drunter, was scheiße war. Ansonsten Leute, auf ein geiles 2021. Hoffen wir, wird ein bisschen besser als 2020. Und bleibt mir nur noch eins zu sagen, reinballern.